Schöner Forenkick ans Kiln. Noch ein rechter Haken. Er wackelt, er wackelt. Oh, da ist das Finish. Das war's. Wow, wow, wow. Rückter Kampf, drittes vorzeitiges Ende. Also die legen richtig los hier. Der Jan Waller, stark gemacht. Starkes Boxen. Ist aber auch schwer runtergegangen. Jetzt kommen wir zum ersten Vereinskampf. Der Start. Sie gibt den Piloten. Fight 24. Home of true warriors.